Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Das Fragen dieser Frage hat als Fragen nach natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seinten selbst den Charakter des Seins. Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmodus, eines Seinten, das wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Seinten ist je meins und in seiner Jemeinigkeit, worum es diesem Sein in seinem Sein geht, liegt ein Charakter des Daseins. Alles so Sein dieses Seinten ist primär Sein, daher drückt das Wort Dasein nicht Sein, was aus wie Tisch oder Stein? Nein, nein, sondern Sein, Sein, sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sein. Wirf die Frage auf, nach der Weltlichkeit der Welt, oh, 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 nach dem Umhaften der Umwelt, nach der Inheit des Inseins, nach der Weltlichkeit der Umwelt, der sogenannten Umweltlichkeit, oh, dem ganzen Zeug in seiner Zeugganzheit, denn zum Sein vom Zeug gehört je immer ein Zeug, Ganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist, nee, das wird jetzt zu weit, Mama, lieber aller Heidegger, Heidegger, oh, 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 Hanna, Hanna, 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 H Heidegger euch so klein. Heidegger euch zurück auf Anfang, auf die Frage nach dem Sinn. Nach dem Sinn, dem Sinn, nach dem Sinn vom Sein, Nach dem Sinn vom Sein... Heidega, Heidega, wieder mal rechts, Heidega. Heidega, 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 Heidega. sheidega Heidegger, heidegger holder lege her! Heidege, 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 Heidege Heidege, Heidege Heidege Hau!